Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Diablo 4 mit dem guten Lustbarsch. Hallöchen! Hallo! Und Level 48, heilige Scheiße! Ja, wir haben es wieder vor, wir stürzen uns ins Getümmel. Ey, das sieht so krank aus, dein Koloss und mein dünnes Zweigchen. Und ja, wir haben gestern noch ein bisschen rumgeprobiert und wir haben jetzt einen Clan. Götter des Pichu, finde ich total genial. Ach, da bist du. Ne, da bist du. Ich bin ein Pichu-Gott. Ein Pichu. Warte mal, ich muss mal ganz kurz den... Ich krieg es nicht geschissen. Was wollen wir machen? Ähm, ja. Wir richten uns, denke ich mir mal, ganz normal weiter nach deiner Hauptquest. Okay. Dass du auch dein Horti-Hü irgendwann mal bekommst. Mein Horti-Hü? Ähm. Dann müssten wir jetzt bestimmt hier hoch in die Kathedrale, oder? Ja, sprecht mit irgendwas. Ich bin noch nicht bereit. Ja, sorry. Ey, wie schnell... Wie schnell... Es ist einfach unglaublich, wie schnell du läufst, ey. So, ich gebe mal, dass wir Quatsch antun. Sorg dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Ich benötige einen heiligen Segen, um Nibels weiter zu verfolgen. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvala. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanktuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Abgeschlossen, Rat ist Licht. Es gibt Erfahrungspunkte, es gibt ein bisschen Gold und wir müssen jetzt dahinter achten, meine Güte. Und für mich gab es keine Belohnung. Na, du bist ja auch schon fertig. Los, komm auf mein Rücken. Ja, trag mich. Lass mich, lass mich, lass mich, dann würde ich jetzt. Mal ganz ehrlich, der Totenbeschwer ist doch eigentlich für dich eigentlich ganz easy zu schleppen, oder? Die sieht ja aus wie außen... So magersüchtig, wie die ist, ja. Sichtig nach mager. Magerquark. Warte mal, hier ist ein Nebenquest. Warte, ganz kurz. Was macht ihr? Seht ihr ihn auch? Den Geist von Korig, meinem Sohn. Als er ein Junge war, brachte man ihn zum schwarzen Asylum. Jetzt verfolgt er mich stets. Er ruft mir zu. Fleht, dass ich... Oh mein Gott, mein Gott, wie viele. Wie viel ich noch aushalten kann. Alles klar. Bitte, ich bezahle euch. Beendet seine Qualen. Bitte, schenkt ihm Ruhe. Man hört, dass du Kaffee einschenkst. Wie heißt denn die Nebenquest? Heißt die zufällig Schreie der Unschuld? Ja. Gut. Dann laufen wir mal gerade aus in den Dungeon, weil die habe ich nämlich auch noch nicht abgeschlossen. Daher weiß ich das noch nicht. Also mit dem Namen. Weil die wird mir nämlich auch noch angezeigt. Und du weißt, wo es hingeht? Ja, ne? Wollen wir dann müssen? Das Loot. Hm, ja. Die ist hier oben. Loot, 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 loot. Ich habe kaum noch eh Sins. Ich habe kaum noch eh Sins. Ich habe kaum noch eh Sins. Niong! Oh! Sorry! Aha! Also ich war hier auch noch nicht drinnen, ne? Hier haben sie die inartigen Barsche hingebracht. Wascht mal alles kaputt machen hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Loot, 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 loot! Oh Gott, ach das war ne alte Jungfrau. Na lecker. Sie wollte doch nur schlafen. Ich habe kaum noch Essenz. Ah, das habe ich jetzt verstanden. Ich klaue mir von den, von den Gegnern Essenz. Mit der ein, mit der ein... Ja genau. Was habe ich jetzt ausgerast? Oh Gott, oh Gott. Oh, diese Mega-Sense, ey. Haha. Oh. Jetzt ist ein bisschen was los. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, ich weiß. Ich habe nicht. Hier liegt ein Säbel. Gut, 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 gut. Was hast du da niedergenudelt? Gut, 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 gut. Kleinkram. Mhm. Mhm. Jetzt kommen auf den ganzen geöffneten Dingern, die du da aufgemacht hast. Ja. Haben die. Fragbar auf die Tür. Hallo. Oh, ein Brief. Ich habe neue Befehle für euch. Verlasst sofort euren Posten. Wir benötigen zusätzliche Schwerter an der Grenze von Gulran. Ich weiß, dass ihr und eure Soldaten es nicht erwarten könnt, das Sonnenlicht wiederzusehen. Oh. Das ist hier die Nebenquest. Was war? Ja, der Tisch passt nicht so gut durch, der Junge. Oh, ich habe den Baum. Bloß meine Diener der Unterwelt. Das ist schon so gut, ich habe den Raum mitgebetten befindet. Oh, wie ist das? Er ist Musik groß? Nein, ich habe den Raum mitgebetten. Loot 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 Okay kein Loot Ich brauche mehr Zeit Loot 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 Ich brauche mehr Zeit Nein, das ist gut Oh, das ist ja ein Gemetz! Irgendjemand, ach das Tor hier, wenn wir, hier ist das Ziel, Tor öffnen. Bashi, bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Achso, du bist da. Weil du grad nix gesagt hast, ich hab gedacht, du hast mich verlassen. Wer bleibt? die nur nur Prozent die als klar die also jetzt zum zumal ja jetzt ist es so sie können jetzt können das mit das große Dieses große Tor. Alter, das ist ja hier überhaupt nicht gruselig oder so. Tötet alle, geht beim heimgesuchten Zellen gerade. Oh! Oh! Was? Legende auch kriegen. Nicht dein Ernst! Warum kriegst du... Warte. Ähm. Pitchy. Und. Bip. Hm, hm, hm. Jetzt muss ich schon mal gucken. Das kann ich nicht machen. Ach so. Weil ich noch im Chat bin. Na, warum kann ich das mir jetzt nicht angucken? Mhm. Hallo Diana! Willkommen im Stream! Guten Morgen! Wie geht's dir? Oh, da ist ein Schrein. Oh, da ist ein Schrein. Oh, schrein. Einmal durch. Das ist das schönste. Oh ja. Also jetzt, jetzt einfach durchbrettern, ne? Und so viel wie möglich platt machen. Ich kann ja dann nochmal zurückladen. Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Ich habe kaum noch Essenz. Jetzt laufen wir nochmal zurück, wa? Oh, ein lecker Kaffee. Noch ein wenig müde, aber so weit es geht. Na, das ist doch. Solang es nur müde ist. Gut, 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 gut. Ulululul. Ich brauche mehr Essenz. Oh, ich habe keinen Essenz. Da ist man in der Kiste. Gut. Ich brauche mehr Zeit. Komm, kleines Pichu, nimm deine kleinen Beine in die Hand. Na, wenn ich jetzt meine Beine in die Hand nehme, komme ich gar nicht vorwärts. Doch, da kannst du überm Boden rollen. Willst du jetzt damit sagen, ich bin fett? Alter, ist hier was los, ey. Ich brauche mehr Essenz. Jaaaa. Jaaaa. Ich brauche mehr Essenz. Wo geht's lang? Oh, Pfai da geht. H falan. Jaaaa. Ich glaube, hier kommen wir schon weiter. Oh, hier hinten steht auch noch ein Schrein. Ich brauche mehr Essenz. Scheiße. Komm, gib mir mal ein bisschen was von dir. Nichts ist fett, sondern nur flauschig und Knudelmaterial. Siehste? Ich bin fett, ich bin Knudelmaterial. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Was hast denn du hier gemetzelt? Da liegt überall Gold rum. Ich bin golden. Jetzt kam ich gekocht. Oh nein. Ich kann den nicht aktivieren. Ja, das ist... Der ist ja auch verflucht. Wir haben jetzt 46 Sekunden Zeit, für einen Quälen zu machen. Ich brauche mehr Essenz. Also Schnetzel mal los. Ich brauche mehr Essenz. Das haben wir gestern gerade so geschafft. Nee, die... Na, die ist... Die ist blöde gemacht. Das schade, Moment. Schade. Dann ist das weg. Du bist ja auch... Du bist ja auch weitergerannt, deswegen! Na, du hättest jetzt hier an dem Schrein stehen bleiben müssen. Ach so, ich dachte die kommen oft daher. Nein. 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 Jetzt ist er weg. Oh, meine Essenz, ey. Aber wir kriegen trotzdem den Boni. Weil wir so toll waren. Was geht's? Naja. Hallo. Hier ist noch eine goldene Kiste, ne? Ich hab gegessen. Loot, loot, loot. Kiste, ich bin nicht fett, ich bin nur knuddelig. Das nennt man aber Liebessprung. Das macht's auch nicht besser, Schatzi. Das macht definitiv nicht besser. Was? Ich brauche mehr Essenz. Ich bin nicht bereit. Das hinkt halt mal drei Champions gewesen. Okay. Oder die. Boah, Alter. Komm, gib mir noch ein bisschen was mit deiner Essenz. Das kommt noch immer. Die Geister sind erbost darüber, dass du gesagt hast, das ist ein Pack. Wir haben angeblich den Dungeon abgeschlossen, aber hier ist noch ein halben. Also hier geht's doch noch weiter. Kiste. Du bist voll Bluthure. Was? Gut, jetzt sind wir doch fertig. Wunderbar. Ich bin nicht fett, ich bin Knuddelmaterial. So. Das ist Pudding auch. Hast du jetzt... Das hast du nicht. Was? Das hast du jetzt nicht gesehen. Warte mal, ich bring das jetzt ganz kurz die... Das Ding da hin, damit wir die Aufgabe fertig haben. Achso, jaja, da muss ich auch noch hin. Aber ich hab erst mal alles markiert, was ich vernichten kann, weil ich bin schon wieder so gut wie voll. Und doch fühle ich ihn immer noch. Ich höre immer noch seine Schreie. Die Wahrheit wird mich nie loslassen. Nein, wird sie auch nicht. Ich habe meinen lieben Jungen für eine Sinne fortgeschrieben, die mein eigenes Werk war. Das Blut klebt an meinen Händen. Ganz und gar. Himmel, vergebt mir. Ich muss... Wie man mit Pudding knuddeln kann. Also, man kann auf jeden Fall auf Pudding knuddeln. Äh, knuddeln. Knüppeln. Das kleine Pichu sagt gar nichts mehr. Ich bin grad konzentriert. Du hältst dich einfach nur raus aus dem Thema, ne? Ne, ich habe jetzt darauf gewartet, was du antwortest. Ne, ach da, ne. Irgendwie... Irgendwie, ich muss sagen, ich bin noch gar nicht so wach für saublöde Antworten. Bin ich noch gar nicht wach genug. Hm. So, Moment, jetzt habe ich jetzt hier... Widerstand nach Regenschaden. Widerstand gegen Feuer. Widerstand gegen Schatten. Widerstand gegen Schatten. Widerstand gegen Blitz. Widerstand gegen Blitz. Ja, bei Ring ist blöd, da hast du keine Vergleichswerte. Du musst gucken... Warte mal. Ring... Geh einfach mal nach der... Geh einfach mal nach der Gegenstandsmacht. Du kannst natürlich schauen, also wenn da jetzt irgendwelche... Widerstand gegen alle Schadensarten... Ah ne, Quark. Also ich muss sagen... Ja. Ich sehe es halt leider nicht. Warte mal, ich... Ich nehme mal... Ja. Zeig mir mal den Ring, den du gerne ausgerüstet hättest. Also den? Und drück mal, und drück mal bitte... Dreieck. Doch, jetzt kann ich vergleichen. Gegen Kälte und dagegen Schatten. Ja, den, den du jetzt gerade ausgewählt hast, den kannst du auf jeden Fall ausrüsten. Mach einfach. So. Genau. Den kannst du jetzt markieren und kannst weg. Weg mit dem Shit. So, und dann... Auf jeden Fall. Ne, warte, dann hab ich hier... Mach einfach. Weil... Warte mal, Moment. Warte mal, den... Der und der. Genau. Genau. Weg. Und... Weg. Du hast... Na, du hast Dreieck wieder... Du hast Dreieck wieder gedrückt gehabt, um wahrscheinlich rauszukommen. Das irritiert mich. Ja, aber der war ja jetzt stärker. Der war ja jetzt stärker. Der war ja jetzt stärker. Äh... Weil der hat... 300... Was? 35? Und der eine von dir hatte ja nur 309. Ja, stimmt. Lass das einfach... Lass das... Lass dieses... Dieses Anzeigen einfach mit an. Das irritiert mich. Das macht's... Wo bist du? Ja, aber das macht's ihm... Das macht's ihm ein bisschen einfacher. Ich steh nur auf der Brücke. Ich guck ja die ganze Zeit mit meinem Handy. Ich muss mal zur Stadt zurück. Das muss mein Zeuglos werden. Dann trink Kaffee und werdet's langsamer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du läufst jetzt nicht zurück. Doch, ich bin voll. Nein, du läufst... Du läufst jetzt nicht zurück. Komm mit. Ich bin aber... Wir schalten einfach die nächste... Wir schalten die nächste Stadt schnell frei. Ich bin voller als voll. Ja, ich komm ja schon zurück. Ist doch egal. Naja, jetzt ist es egal. Jetzt komm ich auch zurück. Oh, jetzt... Was... Bleib da. Bleib da. Ich komm zurück. Mein Herz. Es sticht. Weil du... Aha. Ich sticht. Okay. Wie sie hier alle stehen, ey. Das sei genial. So. Ja. Halt's davon noch... Ja, ich trink Kaffee. Der kann weg. Hm. Nehm ruhig, was übrig ist. Lust. Lustbarsch ist Kaffee süchtig. Ähm... Wieso blinkt denn meine Truhe mit einem Ausrufezeichen? Wie denn deine Truhe blinkt? Ach. Aha. Verpasste Ausrüstung. Ich hab wohl aus Versehen irgendwo einen legendären Ring liegen lassen. Oh na, klasse. Na, dann muss jetzt alles zurückgehen und... Na, den... Na, den... Nein, den kriegst du ja dann in die Kiste. Ach so. Ja. Äh... 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 Den brauch ich aber nicht. So, Angriffsstärke. Jetzt hab ich mal Angriffsstärke 518. Rüstung 1700 und Leben 520. So. So. Wollen wir? Wie... Ein Hechtsprung in die Portion. In dieses Portion. Was? Da gibt's was umsonst? Was? Da gibt's was umsonst? Was? So, warte mal ganz... Warte mal ganz kurz bitte. Ach, ich kann ja meine... Wie? Hä, warum kann ich jetzt meine Aufgaben nicht aktivieren? Nein, komm mit. Okay, ich. Da wirst du... Du wirst grad angeschossen. Ja. Hier. Hui! Komm, kleines Pichu. Ich bin auch schon unterwegs. Au. Hahaha. Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste. Loot, 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 loot. Loot. Und die Janna, was macht die... Was macht so schönes am Wochenende? Für uns ist es am Wochenende. 4D! 4D! 5D! 2D! 4D! 5D! 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 6D! 6D! 8D! 6D! man einen kleinen umweg laufen zocken und ausruhen das sind gute idee das klingt doch spitze das klingt da war ein bisschen ein paar tote ja ich wollte doch noch holen und ist alles gut so was war man hier ich habe keine essenz mehr jetzt bin ich eine blitzekugel ja du kleine kugel Lehrlingszauberstab mitnehmen auch hei quietschi moment quietsch 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 quietschi me quietsch und dann greifen wir jetzt den Stützpunkt an hier noch gucken was wir machen müssen der wind ist zu schneidend geworden ach alles klar finde heraus wo der Sturm soll ich da beitreten was beitreten ja du hast mich gerade eingeladen ja wahrscheinlich weil ich als erster durch gerammelt bin oh ein legendäres amulett m was wir dann gleich noch fragen woran ich das erkenne warte zeige ich dir gleich warte 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 ich mach mal schnell mit dem handy ein foto warte ähm zack 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 da bist du da ist foto 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 bitteschön biq suite bill Ach, die leuchten dann so auf, okay. Genau, genau, die leuchten dann. Ähm, den Strahl müssen wir folgen. Warte, wir gehen jetzt hoch. Hier geht's hoch. Oh. Oh, eine Rubin. Erstmal ist Dense Klauen. Dense Klauen. Dammit. Lut, 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 lut. So, und das müssen wir jetzt noch zweimal machen. Wir müssen halt nur gucken, wo man... Warte auf mich! Warte auf mich! Ich habe kleine Pichu-Beinchen. Ich bin nicht so schnell. Jeder Wutpunkt da ist, ich muss jetzt stellen. Wollen wir mal das machen? Ähm, hallo? Warte. Oh, das war knapp jetzt. Oh, das war knapp jetzt. Oh, das war knapp jetzt. Lut, lut. Lut, lut. Stopp. Hm? Stopp. Meine, meine, meine Leute machen das. Ich bin das nicht. Hört mal auf. Nee, können sie ja auch machen. Alles gut. Gehen wir hier lang. Oh, okay. Hm. Vielleicht doch verbrechen. Ja, level up. Level up. Ja, noch ein Level. Ich kann die eine Waffe benutzen. little Chinat. Oh, okay. Das war halt gut. Nein, das war schon wieder in Lama. So schau. Was? Mann, für neue Leichen machen. Loot, 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 loot. Warum kriegst du immer die legendären Gegenstände? Waaah, Hilfe! Weil ich vom Level soweit bin. Ich war sehr häufiger dort und dann auch. Achso. Ab wann? Äh, na, die müssten bei dir eigentlich wurschern, wenn es ganz anders geworden ist. Aber... Keine Ahnung, ist wahrscheinlich so'n bissl sicher. Wuhu! So, kommen sie bitte mit? Wahrscheinlich denken die sich, weil ich so an sich schon zu OP bin mit meinem toten Beschwörer, dass ich da keinen brauche, willst du? Genau. Natürlich. Ich bin einfach OP. Ich bin einfach the King of the Currywarp. nicht so. Ich geb dir mehr Leichen. Ich geb dir mehr Leichen. Ich soll den Kopf zuschauen, ich habe keine Sense mehr. Rass, Hähne. Geh weg. Wir haben ein bisschen eine Sense-Clone. Hallo Emo. Hallo Emo, doch, das kann immer sein. Gott, meine Begrüßung war jetzt voll im Weg. Hallo Emo. So, die ist besser. Ähm, okay. So, jetzt haben wir einen Boss. In der Mitte der Karte. Nein, warte, warte, ganz kurz, warte, ganz kurz, warte, ganz kurz, warte, ganz kurz, bitte. Bitte. Hoi. Oh, oh, das ist schöner. Das ist viel besser. Ähm. Ja. Das ist viel, viel besser. Das ist, keine Ahnung. Blau machst du weg. Blau, sowas wüsstest du gar nicht. Okay, ist ja gut. Äh. So. So, bitte vor dir. Haha. Na ja, los geht's. Ich brauche mehr Essenz. Das Gute ist, der steht genau da drauf. Wow. Ah, ich hänge fest hier. Oh. Ach, du bist tot. Haha. Dankeschön. Oh, ich kann... Deine... Deine Skelett-Krieger, bitte. Da hast du mich keine mehr. Ansonsten, ansonsten schaust du einfach, dass du, dass du nicht stürmst. Hm. Ich brauche mehr Zeit. Oh, du darfst, du darfst die Glocke laden. Welche Glocke? Ach sie. Und zack, haben wir eine Stadt freigeschalten. Cool. Und hier ist irgendwo doch der Punkt, richtig? Was war denn für ein Punkt? Äh, Teleportpunkt? Gibt's hier keinen? Nö. Gibt's keinen. So, klein mal alles kaputt, man. Mal mal das G hier. Okay, wird so gut da unten. Eine gute Hausbeute kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Okay. So, warte, warte, warte. Hm. Erstmal mein Pünktchen ausgeben. Da ist deine Quest. Und dann gehen wir... Oh, warte mal. Hier lernen etwas auszudecken. Moment, ich hab noch einen Fertigkeitspunkt. Ja, kannst du ja machen. Ah, das ist gut. Wir folgen mal dem Barsch... Der Barschhaftigkeit. Ich hab keine Skelettkrieger mehr. Ich fühle mich so nackt. Ah, mord ich gleich. Krieg's vielleicht. Oh! Jetzt bin ich... Ah, jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Kannst du mal mein Geist betatschen, bitte? Kannst du mal mein Geist... Kannst du mal mein Geist betatschen? Na? Ich lass dich jetzt da liegen. Ich kann mir schon vorstellen, was ein kleines Pichu bei einem Geist macht. Erstmal das Bein schneben und anpullern. Hm, aufpassen, dass ich nicht wieder dabei umkippe, oder wat? Warte mal, hier ist hier. Bam! Tatschen, komm doch nicht. Erstmal antatschen. Ein Hinterhalt? Diese verfluchten Bestien. Das war Namrans Kette. Danke, dass ihr sie zurückgebracht habt. Hm, gerne. Schon jetzt? Ihr wollt eine Audienz bei unserem Häuptling? Verdient sie euch. Tötet unsere Feinde. Jagt die Kasra des Eisklans, die diesen Berg heimsuchen. Zerschmettert ihre Körper und bringt ihre geborstenen Knochen als Tribut zurück. Dann erkennt der Häuptling euch vielleicht an. Ja. Unser Häuptling vernahm den Ruf der Urahnen. Und so antworteten wir. Unser Schicksal erwartet uns unter dem Berg. Und weder Mensch noch Bestie werden uns aufhalten. Mhm. Mann los. Zerschmetterter Tribut. Sammelknochen des... ...des Eisklans. Warte, ich hab ihn noch mal auf. Wir können da, wir können da gerne hochgehen. Ja, Moment. Unser Zweck bleibt klar, aber... ...unsere Moral sinkt. Baltak, der Champion des Häuptlings, wurde vor kurzem getötet. Jetzt haben die Kasra seine Waffe. Den legendären Grizzly Malma. Was? Hm. Es fällt schwer, dies von einer Außenseiterin zu erbitten. Bitte holt den Hammer von diesen schändlichen Bestien zurück. Wenn wir ihn ihnen überlassen, ist es eine Schande für unseren gefallenen Champion. Zuletzt sah man ihn, als er in eine Höhle in Malnok geschleift wurde. Mhm. Wir stellen diese Trophäen zur Schau, um die Urahnen zu ehren und ihre Weisheit zu uns zu lenken. Die Schädel erinnern mich daran, dass der Tod immer in der Nähe ist. Ob ihre oder meine. Hm. Für einen Schädel halte ich mir einen Platz frei. Den des Ziegenmenschen, den wir Koller den Sammler nennen. Er jagt im Norden und labt sich an unseren Gefallenen. Hm. Koller hat uns herausgefordert. Wenn ihr mir seinen verdammten hässlichen Kopf bringen würdet, würde euch das große Gunst bei meinem Stamm einbringen. Ich erledige das. Malnok war eine Siedlung, bevor die Zauberer von Khazrah aus dem Berg gekommen sind. Jetzt sammeln sich Ziegenmenschen dort in großer Zahl. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, welche üble Magie sie dort praktizieren. Ihr müsst die Khazrah bezwingen, bevor ihr den Grizzly Malmer suchen könnt. Viele haben es versucht, aber niemand hat es bisher geschafft. Mhm. Der Grizzly Malmer stammt noch aus einer Zeit, in der wir auf dem Berg Ariad lebten. Einer Zeit, in der die Kinder von Bulcators ihn gegen die Dämonen geführt haben, die diese Lande belagerten. Unsere Ahnen holten ihn sich immer zurück, wenn sein Besitzer starb. So wie wir es auch jetzt tun. Trotz seiner Wunden ließ Baltock den Grizzly Malmer nicht los, als er fortgeschleift wurde. Die Bestiehl thront auf einem Berg von totem Fleisch. Unser Häuptling hat unseren Kriegern weitere Versuche untersagt, sie zu erlegen. Mhm. So. Also da oben Knochen sammeln. Was streitlustiger Rüpel. Ja. Komm mal mit, komm mal mit. Ja. Und hör dir mal den seinen Text an. Von Sardr. Ich sitze zu viel drinnen rum. Hm. Ich glaube ich werde fit. Weniger quatschen, mehr zuschlagen. Barschi. Pass auf, hier. Komm. Folg mir. Wo willst du denn hin? Wir müssen nach da... Ja, folgen. Folge mir. Das hat alles Hand und Fuß. Wohl eher nicht, wa? Das mache ich jetzt schon schnell mein Level. Was ich nicht kriege durch die Fiese. So, komm mal. Ne, wo bist du? Oh, mein Bauch knurrt. Ich hoffe, mein Hörter ist nicht. Ne. Ich hab nämlich Hunger. Hast du noch nichts gegessen? Ne. Wo bist denn du? Ach, jetzt kommst du. Ich hab auch keine Naschbuennos mehr. Na, Gott sei Dank. Dann schickst du mir wieder Videos, wie du die isst. Ähm. Diamant. Ja. Hier unten ist wieder ein Weltereignis. Da guckt man doch mal was. Ach, das ist ein geiles Ereignis. Das ist cool. Ja, das hatte ich auch schon. Du musst dich auf die Plattform stellen, genau, und darfst nie runter. So, Wanne, geht los. Aber mir passiert nichts gerade. Doch, doch. Jetzt so. Nein, sie sind da runtergerutscht. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's schon. Loot, 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 loot. Och Mann. Das ist eines der schönsten Ereignisse, weil es geht schön schnell. Immer noch kein... Was? Ich bin immer noch ein... Wenn immer noch ein komisches P2. Ich bin immer noch ein komisches P2. Ah, Hilfe! Ich bringe wen zum Abendessen mit. Ich glaube, das ist okay, wenn ich jemanden zum Abendessen mitbringe. Ja. Gibt es 20 Jahre im Gewissen? Hm. Du hast ja einen Twitch-Drop verdient. Ja, wann kriege ich den? Du hast hier eine... Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ja. Ah! Wow! Hm... Was denn los? Ich bin frustriert, dass du noch... Dass du schon... Du kannst dir das schon... Das ist wie in Pokémon GO! Du hast so viele legendäre Sachen und ich bin wie so ein kleines Baby-Piby. Ja! Weißt du? Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ähm... Na genau. Warte, ich will noch mal gucken, ob du so ein Schreien ist. Oh, wir haben hier ein Level 19er dabei. Ich brauche mehr Zeit. Deswegen... Ach, ich glaube, der hatte auch einen Schatzgoblin gesehen, weil hier da lagen so drei Gold, vier Gold... Da ist ein Schatzgoblin abgehauen. Haben sie es nicht gebacken gekriegt? Ja. Okay, Flüchte! Böse Flüche! Du guckst, wie viel Spongebob! Und hier brauchen wir... Ein Piefel! Da müssen wir die Hörner sammeln. Die Hörner? Ja. Sammelt Knochen des Eisklans! Na cool! Und da müssen wir schon mal gucken, wo die sind. Wenn das hier ist... Ne, grad. Hier ist was anderes. Findet Knochen den Sammler. Schaffst du das alleine hier? Ja, ja, ja. Ich guck mal, wo der Sammler ist. Ist versteckt. Hast du hier unten bei dem Dungeon auf deiner Karte... Hast du da auch... Ja, du hast da auch einen Nebenaufgang, ne? Okay, da kann man dann gleich noch einen Dungeon machen. Yeah! Keine... Ne, das ist keine... Doch! Du hast dort ein blaues Symbol oben drüben. Ich seh das doch! Hier ist ein Schreiner. Also hier sind... Ja, Moment! Moment! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gut, 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 gut! Gut, 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 gut! Hast du? Ja... Also wo war das... Wo war der Altar jetzt? Achter! Guck mal da hin! Oh, ich hab nen Sammler gefunden! Du heiliger Wimpern! Wut, 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 Wut! Hast du den Kopf eingesammelt? Welchen Kopf? Ich bin noch nicht bereit. Alter, was? Oh, Alter. Ich hab' erschrocken. Oh, meine Güte. Ach, du bist viel zu schreckhaft. Hallo, als kleines Baby-Pichu bin ich immer schreckhaft. Ach, schieb das nicht immer da drauf. Doch. Nein. Doch. Du kannst nämlich auch ein ganz schönes Rindvieh-Pichu sein. Ja, das stimmt. Aber ich bin ein, naja, ich bin im größten Fall ein Baby-Pichu. Nee. Doch. Nein. Doch, mir liegt eine langgezogene Katze. Eine sehr langgezogene Katze. Nein. Doch. Einfach nein. Doch. Mit A-I. Nein. Na. Gut. Schreien. Und noch ein Schwein. Lauf, 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 lauf. Jetzt komm, jetzt sind wir in einem Kreis gelaufen. Ja, ist doch egal. Lauf, 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 lauf. Äh? Oh, hier geht's halt zurück. Ich hab doch gesagt, wir sind in einem Kreis gelaufen. Er dachte, ja, ist doch egal. Und zack. Lauf, 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 lauf. Nee, weil hier hinten geht's lang. Lauf. Ich lauf doch. Oh nein. Wohin? Da lang. Jetzt kann ich nicht. Lauf, 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 lauf. Nee, geht nicht. Geht nicht. Äh, hier geht's. Was? Nein. Aua. Bei dir werden auch die Knochen reingelassen, ne? Ja. Bei dir werden auch die Knochen reingelassen, die Knochen reingelassen, die Knochen reingelassen hat. Das kann meine, meine Kumpel-Ader jetzt. Kumpel-Ader? Oh, die Knochen. Hm? Was? Aber wie lang ist denn... Ah, nein, ist klar. Wie... Das hast du jetzt nicht einfach getragen. Wie lang der Gang ist doch? Das war mal eine Frage gewesen. Mhm. Was hast du gedacht? Ach genau. Da wär auch so Pichu. Muss ich grad an irgendwas anderes denken. Schokoriegel. Ja. Ja. An Schokoriegel. Oder hat paar Marmelade aus groß. Ihhh nein hör auf. Bitte. Tu mir das nicht an. Bitte. Ja. 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 Okay. Okay. Hier wird geclatscht! Platz im Draht zu schicken! Platz im Draht zu schicken! Es tut mir so leid. Ich hätte ein besserer Hirte sein sollen. Ich hätte die Augen öffnen können. Es war nicht lieben, dass ich in dir rückte. Die unhauligen Bestien, die hier leben, haben deinen Körper mit so schädliche Macht überlegt. Ich habe sie getötet. Ich muss dich töten. Und versuch dich, dir einen weniger schmerzhaften Tod als deinen ersten zu schenken. Wer auch immer deine Seligeste ist, kann ich dir das Licht dich beschützen. Und ich es nicht. Wahnsinn. So. Neue Beppus. Eingemetzt. Guten Morgen, ey. So ein rein theoretisch muss ja jetzt der Gang offen sein. Njup. Warte auf mich, mein Junior. Jetzt kannst du nochmal deine Ausrüstung abchecken. Check das aus. Und dann geht's los. Ich habe einen Punkt bekommen. Moment. Ich bin doch mal schnell was umstellen. Nein, warte mal. ich bin ready ich war noch nicht so rein ach so ich dachte du wartest auf mich auch das ergibt den arsch vor sohle hallo wohl eher nicht wahr das wird euer letzter fehler sein ja 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 sind wir kommen im stream und vielen vielen dank für zwei wie geht's dir guten tag wie viele legendäre gegenschen hast du jetzt wieder gekriegt keines eigentlich ganz gut aber jetzt kommt das dicke aber was los sind die müde fix und fertig wo bist du denn jetzt so hab aktuell ne hab hab halt aktuell echt zu viel freizeit ach so ja gut ja gut wie sieht es mit deinen erfahrungspunkten aus level 30 und kurz davor gehen wir mal in die zuflucht des bärenstammes zurückgeben die aufgaben ab und dann gehen wir zu deiner haupt quest juhu so einmal bin gleich bin gleich bitte da ok ausgezeichnet euch gebührt die ehre den schädel aufzuhängen lasst freund und feind wissen dass ihr die bestie besiegt habt so einmal fertig und hier unten der wachfest war auch fertig zersplittert und gebrochen wie es sein sollte eine blutige ok ähm das haben wir geschafft jetzt habe ich zwei dinger bekommen das kann ich hier nicht tun ok haben wir hier nicht irgendwo der rüstung wo weiß der fisch ach hier unten oh gott oh gott aber warte mal da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken schadensproduktion beim blocken naja ransch weg damit wirst du wirst du gewogene rinde ich danke euch füttert diesen törichten hund nicht ach sie hätte ein jagdhund werden sollen ist aber kein jagdhund geworden wie ich sehe heiler mit dem essen in jelesna hattet ihr recht wir können einen mann auf dem scheiterhaufen verbrennen aber keine ziege wirst hau 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 so jetzt bin ich gleich wieder da ich habe extra gewartet bis du wieder kommst mit dem Vielen Dank. Vielen Dank. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, da bin ich wieder. Mist, ey Diablo 4 sieht echt gut aus. Bin kurz davor zuzugreifen. Irgendwie kommt mir das dezent begann vor. Naja gut, bei dir war das aber was anderes, ne? Warum? Wieso? Kaufen, du musst kaufen, du musst kaufen. Und du dann immer so, nein, nein, nein. Und wir dann immer so, ja doch, 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 doch. Und du so, nein, 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 nein. Dann hast du es gehabt. Gut, 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 gut. Oh, auch gut. Oh, Geld. Ich komme langsam wirklich vor wie Mr. Krabs. Warte auf mich, mein großes Pichu. Oh, mein großer Barsch. Halt, schnell weg. Du kannst mir nicht entkommen. Halt, wir müssen hier rein. Nennt euer Begehr. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore. Ihr wart gute Soldaten. Habt hart gearbeitet. Und gekämpft. Und getrunken. Brüder. Schwestern. Ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden. Vigo. Was tut ihr denn hier? Ihr habt also überlebt. Ich habe Prava bestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Hey, ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Na toll. Was denn los? Wir müssen... Er hofft, dass wir jetzt... Dass sie... ...lieb mit ihm umgeht. Weil wir mit dabei sind. Alles klar. Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Sie erwartet uns. Achso. Jeder ist tapferer als er. Ich brauche einen göttlichen Segen, Lilith zu gern. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen. Dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanktuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Okay. Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier. Oh, die hat die Stimme von der aus Diablo 2 aus dem Lager der Jägerinnen, oder? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Kann sein, ja. Oh, muss man hin? Kann gut sein. Ach, da unten. Dann machen wir mal. Mal gucken. Achso, da unten. Warte auf mich, Barschi. Barschi. Hier geblieben. Alter, das ist so... Ey, Neville. Oha. Was hast du jetzt für einen Sprint gemacht? Ähm. Oh. Wir machen nicht die Hauptquest. Ah, ich dachte immer schon, du willst in den Kreis da rein, wa? Sag gegrüßt. Moin. Tschüss. Moin. Moin, tschüss. Sagen wir mal gucken, wo die Gäger sind. Der Einer ist schon mal hier. Warte auf mich, mein Pionier. Ja, Level Up. Ich brauche mal wieder ein paar. Oh, das ist noch mal nachgeblubbert, halt schön. Ja, natürlich bringt sie dich alle mit dir her. So, und jetzt haben wir nicht einmal eine Minute Zeit, um den Boss zu machen. Also ganz schnell. Hopp. Äh, wo bist du? Ach, da unten. Und da geht er daun. Und da geht er daun. Sag mal, schon wieder eine Kine? Was ist denn hier los? Ich fühle mich gemobbt von diesem Spiel. Kein Leg-Gendary, nee, kein Leg-Geggy gekriegt, nein? Nein, kein Leggy gekriegt. Und wie viel hast du wieder gekriegt? Oh, keins. Das ist reines Glück. Ja, dann hast du ja mehr Glück als ich. Oh, dann habe ich halt eben gerade zwei gekriegt. Sack. Nein. Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einen die Sünde ab. Belastet einen. Körper und Seele. Beutelt einen so richtig. Es läutert einen. Als Vorbereitung, dem Vater gegenüber zu treten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, meine Freundin. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Ja, vor allem, wenn das so Venom-Spiele sind. Ich habe mehr als nur ein paar gute Soldaten daran verloren. Aber sie läutert einen für Inarius. Seltene Ehre für Außenstehende. Wenn man das so nennen kann. Ja, nein. Ich bin noch lange nicht bereit. Selbst wenn ich den Weg überlebe, wer weiß, was am Ende geschieht. Aber ihr, ihr habt eine echte Chance. Ich hatte meine Zweifel. Wie hat es da dreht? Die Priester erlitten ununterbrochen von Liliths Rückkehr. Doch nun ist sie hier. Genau wie sie es gesagt hatten. Bist du fertig, Alter? Bist du fertig? Bist du fertig? Ja. Warte, ich muss mal kurz ein Pünktchen ausgeben. Bist du abbrechen? Ja. Warte auf mich! Warte auf mich! Loll! Warte doch auf mich, du kleiner Barsch! Willkommen in der Hausung! Na doll! Kommt nur her! ich haue euch alle um ich breche weil wieso warum deshalb wieder nichts du darfst du darfst da jetzt nicht drauf warten ja doch weil du schon welche hat nein 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 ja ich überleg mal welches level ja aber du hast gesagt bei mir schon längst aktiv sein aber das heißt ja trotzdem nichts du darfst da jetzt nicht drauf warten dann passiert es nicht lass dich einfach lass dich einfach überrascht vielleicht passiert es heute vielleicht aus morgen vielleicht aus dem jahr du mich auch gibt dem eure essenz bitte danke jetzt musst du dich entscheiden ja waren bei dir jetzt ohne mist nur weiße items drin also ich kotze im strahl also dass das war jetzt wirklich mobbing also das unterschreibe ich nicht brechen das ist nicht gut also ich äh interagiere jetzt damit ja mhm den grenzen hast du angebracht was hast du gemacht jaja der weg zur erlösung liegt vor euch wenn ihr den glauben habt ihn zu beschreiten jetzt wird aufgehoben was zum was zum was passiert hier ja na mach mal das was er dir jetzt sagt bring den götzen der gläubigen zum altar mach mal weil ich sehe es nicht ich habe die ja schon gemacht bei mir ist alles noch ganz normal aber ich sehe die gegner wo ist denn das achten wir unten fühle mich von diesem spiel echt gemobbt klick mal hier an die tabel warte mal lasst das eis in eure knochen kriechen heißt euren schmerz willkommen ich kann grad interagieren denn die quali des fleisches ist die erste läuterung der seele jetzt musst du hier ja ich kann lasst eure seele stärker werden als jedes leid sollen wir jetzt was wieder nehmen oder was ja ja und jetzt geht's zum nächsten ach gold auf einmal nimm dir einfach mit ok alles gut ok ja 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 das und jetzt seht die berge die euch überragen spürt wie winzig ihr seid nehmt bescheidenheit an Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Geld! Ah ja, das ist das Ding. Geld! Ha 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 ha, aah! Au! Halt, ich muss da rein. Ich bin noch nicht bereit. Oha! Ich brauche mehr Zeit. Oha, das war jetzt echt knapp, du. Oha, das war jetzt echt knapp. Oha! Und erinnert euch. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Bring die alle mit. Bring die alle mit. Alle mitbringen. Jetzt bleibst du kurz stehen. Oha, du hast ja das Ding auf dem Rücken. Ja, 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 ja. Du hast ja das Ding. Ich bin noch nicht bereit. Aber die Bestechung, meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann, werde ich immer so einer sein. Ich will nur, verdammt, ich bete. Warum klappt das nicht? Ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr? Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. Okay. Auf geht's. Da gehe ich rein. Da, ich bin hier da. Und denkt daran, dass ihr klein seid. Unendlich klein. Wett. Ich will nicht. Hallo? Unser Vater entebnete diesen Boden, öffnete diesen Himmel und erschuf Sankt Oario aus dem Schliegen des Himmels. Da gucken wir mal an die Statuen. Kann ich mir den angucken? Genau. Achso. Ja, das so sieht ein Engel in meiner Vorstellung aus. Das ist ein Engel in meiner Vorstellung aus. So weit ihr vor mich treten? Vergibt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung. Nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat. Von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und Bortha erwartet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Ich... Aber ich... Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an den Kreuzzügen der unvergültigen Verschwendung. Ich kann sie aufhalten. Ich kann sie aufhalten. Oh, Junge. Rück den Segen raus. Toll. Und jetzt? Tja, hättest du mal Bein gezeigt! Was? Also Bein gezeigt? Hättest du mal Bein gezeigt? Ja, ich zeig dir gleich mal Bein. Vielleicht wäre er doch auf diesen Handel eingestiegen. Ich hätte ihm die volle Pichowindel gezeigt. Die volle Pichowindel, ihn auf Gerüstern geknallt. Auf volle Lotte. Da hoch geht's jetzt. Frage an dich? Möchtest du jetzt da hoch oder möchtest du noch ein Dungeon machen, bevor es um 12 ist? Ich möchte gerne noch ein Dungeon machen, weil ich muss um 11.45 Uhr bis Schluss. Denn bei dem Dungeon bekommst du die Fähigkeit Knochengefängnis erzeugt eine Pestlage, die im Verlauf von sechs Sekunden 50 Prozent Bonus-Schaden verursacht. Mhm, 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 mhm. Und da drin ist auch eine Nebenkast. Ja, dann! Aufi! Kleiner Barsch! Ich bin ja schon fast da. Ich bin noch nicht bereit. Bist du nicht? Hm. Nur weil ich halt langsamer bin als du, ey. Tschüss. Tschüss. Aha, Gold. Du, 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 du. Na? Warte doch mal. Also, das ist... Ich bin noch nicht bereit. Ich... Ne? Das ist echt so ätzend, dass ich so langsam bin. Das ist echt so ätzend. Dankeschön, Diana. Werde ich haben. Aber ich bin so langsam, dass... Das ist... Ich brauche mehr Zeit. Oh, Loot, 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 Loot. Stopp. Stopp. Wir müssen nach unten. Oh, ho, 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 ho. Siehst du, wenn man diesem Barsch folgt, ey. Diesen Barsch. Warte doch auf mich. Ich bin der... Hallo? Warte doch auf mich. Vielleicht sollten wir doch mal deine kleine Pichowindel lernen. Da wärst du vielleicht schneller. Hallo? Hallo? Das ist ja unglaublich jetzt. Man müsste wohl eher deine Windel mal ein bisschen voller machen. Alle Jäger aufgepasst. Kehrt um, wenn euch euer Leben liebt ist. Nö. Eine neue Bestie müsste gewesen hören. Sie hat eine menschliche Gestalt. Mit Fällen, von verwaltigen Hörern. So würde sie eh nicht gewinnen. Nähert uns nicht. Reizt sie nicht. Reift sie nicht an. Kehrt um. Und geht so leise wie mich. Ich bin da gleich tot. Das Licht sei mit uns. Böses Teddybärchen. Ich bin noch nicht bereit. Hilfe! Hilfe! Ich will ja nichts sagen, aber ich würde grad voll entsperren. Ja, dann rennen. Wenn du weg rennst, kann ich nix machen. Au! Oh, der Bär fängt sich gleich um. Ich bin noch nicht bereit. Ach, dann lauf doch mal in die andere Richtung. Ja, würde ich ja gerne. Ging ja grad nicht. Was auf deine Ausricht hast du? Ja, aber sie ist ja auch nur begrenzt. Riesen-Teddybärchen. Böses Teddybärchen. Ich bin nicht eingefroren. Jetzt weiß ich auch, warum ich so verletzbar war. Ich hatte die ganze Zeit keine Weg von mir. Ich bin nicht eingefroren. Winnie Pooh ist tot. Zugriff, Zugriff. Was? Warte. Mach dir heilig. Ist der Gino los in der Hölle? Oh, da leuchtet was. Ja! Ja! Ich glaube... Ist das ein legendärer? Guck mal ganz kurz vor mir ins Stream. Ja! Wuhu! Weg damit! Weg damit! Glückwunsch! Jaaaa! Jaaaa! Ah, ich bin nicht eingefroren! Tschüssi! Dankeschön! Juhu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dass ich das noch erleben darf! Jaaa! Jaaa! Meine Taschen sind voll. Was? Au! Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ich bin noch nicht bereit. Meine Last ist zu drohen. Oh, Junge, Junge, Junge. Meine Taschen sind voll. So, ach, boah. Meine Taschen sind voll. Ey, warum wirfst du denn das Sack hier hin? Wo bist denn du? Hm? Meine Taschen sind voll. So werde ich jetzt mal schnell kaputt machen gehen. Okay. Ja. Jetzt kann ich nämlich das ganze Zeug, wovon mich rumliegt, nicht mitnehmen. Also nimmst du jetzt meinen Loot mit, den ich gerade... Ey, sag mal, bist du mich jetzt verarschen? Was denn? Jetzt bist du ohne mich weitergegangen, du Wutz? Ja. Ich hab ja gesagt gehabt, ich geh nur schnell kaputt machen. Warte kurz auf mich. Ah, ist schon alles tot. Alles gut. Nicht dein Ernst. Wo es liegt. So. Ach, ich will doch keinen Schmutz, ey. Los jetzt. Ja, ich bin doch schon da. Jetzt... Spann dich mal. Lockerflockig durch die Windel atmen. Ich bin noch nicht bereit. Nein. Doch. Ich brauche mehr Zeit. Ah, ich... Ah! Oh, Alter! Hilfe! Ich bin noch nicht bereit. Ah! 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 � Nitz. Prima! Ja! Lopcal fl responds durch die Windel atmen! Lockerflacc durch die Windel atmen! Prima! N보 resol. Ich brauche mehr Zeit. Kommst du mal ab? Hm? Du musst ja noch deine Quest erledigen. Kommt. Was? Den Gegenstand hast du mitgenommen, ja. Oh, Alter, wie der raufhaut einfach. Oh. 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 Ich bin noch nicht bereit Ereignis, wir kriegen das letzte Gefecht Keine Ahnung Okay, alles klar Das wird jetzt spannend Sind deine Viecher alle voll? Jetzt ja Okay Interagieren, ja? Na, alles gut, die macht schon Jetzt kommen ein Haufen Viecher Mal gucken, ob man es schaffen wird Na, so auf jeden Fall Beschütze einfach die zwei Runde, die hier Ich glaube, wir haben eine Chance Ich bin noch nicht bereit Scheiße, ja die stirbt Ich brauche mehr Zeit Hey, wir haben die Meisterschaft trotzdem geschafft Oh mein Gott, ey Oh mein Gott So, und du? Du bist ja immer weggerannt Ach, das ist aber Ich bin mir mal deine ganze Sense, mein Lieber Nehmt dies meine Freundin Es ist nicht viel Doch ich hoffe, es hilft Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen Es ist aber auch nichts dabei, ey Ach hier, das kam weg Hm, nee, weg Jetzt, jetzt Ja, ist ja gut Ach Gott, war das ein Stress hier Ich bin noch nicht bereit Oh, bevor wir da starten, muss ich nochmal schnell warten Na komm, bleib fertig Also nicht du, ich Segen des Vaters Was bündelt ich dir? Gar nichts Ich bin noch nicht bereit Wann, ich wollte ganz kurz meine Sachen da oben rin Was für Sachen Was für Sachen Meine ganzen Sachen, die ich hier noch schon gefunden habe So, was kann ich das jetzt verwenden? Das kann ich sogar tatsächlich verwenden Oh, 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 oh Alter, meine Angriffskraft hat sich jetzt gerade mal so schön verfluffigt Ach, ist das schön Ja, ich habe jetzt eine Angriffsstärke von 592 Ja, ich weiß nicht besonders Oh nein, ich bin drinnen Oh nein, ich bin drinnen Das kann ich nicht benutzen Was? Doch, doch, jetzt Ich glaube, ich bin drinnen Ich glaube, ich bin ein bisschen die Lebensessenz Ich bin drinnen Ich bin drinnen Ich bin drinnen Ich bin drinnen Ich werde ihn aber auch mit dem Scheiß hier wenig zu werfen. Das war's und jetzt hast du deinen Aspekt der einbrechenden Dunkelheit bekommen. Das heißt, wenn du jetzt ein Knochengefängnis machst, ist in dem Knochengefängnis dann noch so eine Pestfitze. Eine Pestfitze? Eine Pestfitze. Und das war's, jetzt sind wir fertig hier mit dem Dungeon. Dann nehmen wir den Dungeon. Gut, dann kannst du zu dir raus. Rein theoretisch haben wir noch 50 Minuten, dann kannst du noch oben deine Hauptquests abgeben. Ja, mach ich auch. Da beam dich mal zur Zuflucht des Bärenstammes, weil da kannst du dann jetzt noch die Nebenquests abgeben, die wir auch gleich noch gelöst haben. Ja, guck mal. Ich kann ihn nicht benutzen wahrscheinlich. nicht gute Dienste erweisen. Ich schrei, wenn ich ihn nicht benutzen kann. Was denn? Ich hab die Waffe bekommen. Ach, ich seh's nicht. Genau in dem Moment kommt Werbung. Seltener Zweihandstreitkolben. Mhm. Kann von eurer Klasse nicht verwendet werden. Ja. Es wird... Und du hast den schon, wa? Ja, er ist zu schwach. Ich... Kann ich den jetzt wegmachen? Oder hebe ich den auf? Du kannst den aufheben, du kannst den auch wo wegmachen. Na, ich glaube, ich hebe ihn doch lieber auf. Hier oben ist noch ne neue Nebenquests aufgetaucht. Oh, da oben bei dir? Stimmt. Häuptling! Oh ja, auf so jemanden wie euch hab ich gewartet. Ein erfahrener Krieger, der Ruhm und Ehre kennt. Ihr mögt nicht zum Stamm gehören, aber eure Taten machen euch dennoch zu einem von uns. Die Anrufung der Uranen hat mich weit gebracht. Selbst jetzt höre ich ihre Worte, die uns vor so langer Zeit Sühne für unser Versagen am Ariad versprachen. Seid mein Champion. Begleitet mich in den Gletscher. Helft mir, die Weisheit der Urahnen zu erlangen und meinem gebrochenen Volk ein Ziel zu geben. Auf gar keinen Fall. Weißt du, wie du ranzoomen kannst bei dir? Nö. Du kannst ranzoomen. Ne, nicht auf der Karte. Okay. Irgendwie kannst du hier ranzoomen. Drück doch mal, drück mal, drück mal deinen rechten Stick irgendwie drücken oder... Tue ich. Warte mal, ich guck... Warte mal. Aktion, Steuerung. Steht das hier vielleicht irgendwo? Gameplay? Ich kann ja mal mitgucken. Ne, ne Steuerung müsste das stehen. Warte, warte. Warte. Reittier haben wir noch nicht. Ziel fokussieren. Aktion, Aktion, Verantworten. Gegenstandsnamen anzeigen. Irgendwo muss die stehen. Zoom, 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 zoom. Zoom, zoom, zoom. Ne, hier steht kein Zoom. Ne, steht doch nicht. Ich kann nicht zoomen, warum nicht? Oh mein Gott. Ich kann nicht zoomen, warum nicht? Weil ich mein, wenn du auf dem PC zoomen kannst, denk ich mir mal, dass das auf Konsole auch geht, musst du halt nur die richtige Taste finden, ne? Ja, ich drück jetzt da ganz viel drauf rum, am Ende hab ich irgendwas verkauft, was ich nicht wollte. Was? So, und jetzt? Finite für heute. Nee. Wie denn, nee? Ich hab nur noch 10 Minuten. Komm, komm, komm. Komm. Hallo, ich bin doch kein, kein... Komm, 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 komm. Ja, komm. Ja, komm. Sag mal, geht's dir gut, oder was? Ich bin doch... Ja, komm mal mit. Ja, komm mal mit. Ich hau dir gleich meine, irgendeine Sente in den Hintern. Ja, komm mal mit. Ja, komm mal mit. Ja, komm mal mit. Sag mal, geht's dir gut, oder was? So. Und hier kannst du, äh, kannst du jetzt rein theoretisch sagen... Machst du Schluss, und dann... Warte mal, hier hab ich grad noch ne Anzeige? Okay. Ja, stopp, 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 bevor die anfangen zu labern. Weißt du? Weil da wäre jetzt, würde jetzt die Hauptquest weitergehen. Okay. Ein schöner, wunderschöner Cliffhanger. Halt, da sind wir. So, ihr Lieben. Wir beenden jetzt hier an der Stelle den Stream. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Was machst du denn da mit deinem Bild? Ähm, wünsche euch, falls heute nichts mehr kommen sollte, ein wunderschönes Wochenende. Das merke ich. Ah... Na gut, ein wenig des letzten Shorts. Erholt euch gut. Ähm, vielleicht kommt heute noch was, keine Ahnung, ansonsten... Morgen Abend kommt definitiv was, da kommt Spieleabend. Ähm, ja. Möchtest du noch irgendwas sagen, Lustbarsch? Äh, schönes Wochenende wünsche ich. Bleibt gesund, erholt euch gut. Genau. Und... Danke, Diana, wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende. Und Cindy auch, vielen Dank. Genießt die... Genießt die Sonne, wenn sie scheinen sollte. Soll ja warm werden. Ja. 27 Grad Höchsttemperatur, nächste Woche dann nur noch 21. Hm. Ja... So, also...